Alexander Keuk ist ein deutscher Komponist und Musikjournalist. Leben Keuk absolvierte nach dem Abitur von 1990 bis 1992 eine Lehre zum Kaufmann im Einzelhandel und studierte von 1993 bis 1999 Komposition bei Hans-Jürgen Wenzel an der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber Dresden. Nach mit einer Arbeit über die sieben Sonaten für zwei Violinen von Ellen Pettersson abgelegtem Diplom folgte eben da ein Aufbaustudium im Fach Komposition, welches er 2001 mit Konzertexamen abschloss. Neben dem Studium war Keuk seit 1996 freier Mitarbeiter der Kulturredaktion der Dresdner Neuesten Nachrichten. Er arbeitet seit 2002 in Dresden als freischaffender Komponist und Musikjournalist. Unter anderem verfasst er regelmäßig Beiträge für die Neue Musikzeitung, die Neue Zeitschrift für Musik und das Fachmagazin Positionen. Keuk war von 2001 bis 2003 Geschäftsführer der Sächsischen Gesellschaft für Neue Musik, ist seit 1992 im Vorstand der Internationalen Ellen Pettersson-Gesellschaft und ist Vorstandsvorsitzender des Dresdner Kammerchores. 1999 war er Stipendiat der Sächsischen Kulturstiftung und des Sächsischen Musikrates im Künstlerhausschloss Wipassdorf. 2004 und 2010 erhielt er vom Freistaat Sachsen ein Arbeitsstipendium. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Oper Berlin, dem Europäischen Zentrum der Künste Helleau und dem Karuselltheater entstand 2003 ein Musiktheater für Kinder. Über mehrere Jahre arbeitete Keuk zudem mit Schülern an Kompositionsprojekten an Dresdner Schulen. Anlässlich der 800-Jahr-Feier Dresdens erhielt Keuk von der Stadt Dresden und der Dresdner Philharmonie den Auftrag zur Komposition eines Orchesterwerkes, welches im Mai 2006 in einem Zykluskonzert des Orchesters UR aufgeführt wurde, Werke, Bühnenmusik Doktor, OXV 5 Kinderoper für sieben Sänger und Ensemble nach einem Text von Jules Fern, Libretto von Wolfgang Willaschek 2000 bis 2003, UA 1. Oktober 2003, Schlosstheater Dresden, Orchester und Ensemble Musikgebet für Sprecher und Orchester nach einem Text von Georg Heim, 1992, 93, 16. April 1993, Theater Halberstadt Ein deutsches Kettenrondo-Massaker für Kammerorchester, 1994, 95, 5. Oktober 1996, Hochschule für Musik Dresden, LTG Christian Münch, Marche, Pfanne, Bredi, La Pensee, Bruchstücke vom Schauen und Hören für Elfblech, Blazer und Schlagzeug, 1997, UA 6. Mai 1998, Hochschule für Musik Dresden, Ultimatum für Großes Orchester, 1998, UA 13. Mai 2001, Semperoper Dresden, Claire für Orchester, 2001, UA 20. April 2001, Lukaskirche, Neue Elbland Philharmonie. Da fragte ich mich, was für eine Kälte muss über die Leute gekommen sein für Kammerensemble, 2000, UA 1. Dezember 2000, Dresden. LUC in Theo Having Some Drinks at the Flamingo Bar für Orchester, 2005, UA 29. Oktober 2005, Friedrichshafen, Meerlicht für Großes Orchester, 2005, 06, UA 20. Mai 2006, Dresdener Philharmonie, LTG, Peter Gülke, Time Blast für Klarinette, Horn und Cello, Solo sowie GR. Orchester, 2012, UA 2. November 2012, Landesjugendorchester, Sachsen, LTG, Milko Kersten, Doppelkonzert für zwei Violinen und Orchester, 2012, 13. UA, 21. März 2013, Freiberg, Duo gelandt, Mittelsächsische Philharmonie, LTG, Jan Michael Horstmann, Vokalmusik, den Wolken 2, Marana Sati für Sopran, Mezzo Sopran und Schembalo nach einem Text von Georg Heim, 1994, UA 27 und 20. April 1994, Hochschule für Musik Dresden, Musik für die Performance Komplexus für Chor und Instrumente, 1995, 96, Ua, 23. Juni, 1995, Hochschule für Bildende Künste, Dresden, Die Blinden für Tenor und Klavier nach einem Text von Georg Heim, 1993, 97, Ua, 17. Dezember 1997, Hochschule für Musik Dresden, Zyklus in sechs Liedern für Sopran, Bariton und Klavier nach Texten von Alexander Puschkin, 1999, UA 24 und 20. November, 1999, Humboldt-Universität Berlin, Monolog des verrückten Mastodos für Frauenchor nach einem Text von Paul Scherbart, 2002, 2, Ua, anlässlich des Deutschen Chorwettbewerbs, 6. Mai 2002, Schloss Osnabrück, Psalm Muterte erforsche mich Gott für achtstimmigen gemischten Chor nach Psalm 139, 2004, Ua, 6. März 2005, Evangelische Kirche Wilten, Morgenpunkt, Metamorphosen für drei Vokalstimmen, Text von Sabine Berg, 2007, 08, Ua, 31. März 2008, Herz Jesu Kirche München, Vieneter Exerzitien für gemischten Chor, Ua, 17. Januar 2009, Hochschule für Musik Dresden, Dresdner Kammerchor, LTG, Hans Christoph Rademann, Ein Tropfen, ein Schluck in der Höhe für Alt, Tenor, Chor und Orchester, Ua, 8. Dezember 2013, Dresden, Singakademie Dresden, LTG, Ecke Hartklem, Damjata für drei Chöre, Akep, Ella, Ua, 9. Mai 2014, Dresden, Taipeh, Malek, Riot Dresdner Kammerchor, Chor des Fitztum-Gymnasiums, Dresden, LTG, Olaf Katzer, Kammermusik, Solilog wie für Querflöte, Solo, 1992, Ua, 30. Mai 1992, Blankenburg, Lichtblicke, Novellen für drei Querflöten, 1993, Ua, 28. Januar 1995, Zentrum für zeitgenössische Musik Dresden, als wenn die Welt aus Lego, W.E.R., Orgelmusik in einem Satz, 1994, Ua, 31. August, 1994, Dominikaner Kirche Münster, Philipp Mainz, Distrayer für Violine, Solo, 1994, 96. Ua, 11. Dezember 1996, Dresden, Nicht auslöschen, Ströme, Nicht ertränken, Sonate für Bratsche und Posaune, 1997, Ua, 22. Juni 1998, Teplis, Flash für Klarinette, Solo, 1998, Ua, 24. November 1999, 1999, Hochschule für Musik Dresden, als Composition veröffentlicht in Entweder oder Nummer, 75, HRSG, von Uwe Warnke, Klaviertrio, 1999, Ua, 17. Mai 2002, Leipzig, Bagatelle für zwei Violin, 2003, Ua, 28. Mai 2003, 3, 3. Königskirche Dresden, Duo gelandt, Refrain für Cellos, Zuspiel, Band und Plattenspieler, 2007, Ua, 14. November 2007, Hochschule für Musik Dresden, Matthias Lorenz, Die sieben letzten Worte für Orgel, 2008, Ua, 31. März 2008, Herz Jesu Kirche, München, DATTA für Bratsche, Solo, 2012, Ua, 2013, München, Nils Mönkemeier, Elektronische Musik Bläue, 4. Kanal Bandstück, 1997, Ua, 28. Oktober 1997, Lüneburg, simultaneously des Kerstoon-M худsp embodiums zu Compareoured Server-M då 5000-Oberner, Ankl & Kieri oder nicht durchblab, Wenn ich sage,